Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Abonnenten-Special auf meinem Channel. Ich bin der Broken10 und ich kann mit Freuden sagen, wir haben es geschafft. Wir sind nun 101 Mann, Mensch oder Abonnenten auf meinem Kanal. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben es nun mal geschafft, die 100 zu knacken. Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei euch bedanken für jeden Abonnenten, der ein Abo dagelassen hat, der mich supportet hat, der mich immer unterstützt hat. Und ja, ich freue mich einfach. Vielen, 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 vielen Dank. Das wird jetzt auch ein eher etwas kürzeres Video, damit ihr Bescheid wisst. Ist jetzt nicht übertrieben echt spektakuläres, aber ich möchte euch noch ein bisschen was zeigen. Also wartet noch kurz. Also, erstmal, wer hat mir an meinem YouTube-Kanal sehr, sehr oft geholfen? Das waren The Fighters. Ich werde sie ganz oben in der Videobeschreibung verlinken. Ich möchte einmal, dass ihr auf dem Kanal von The Fighters drauf geht und hier gerne mal ein Abo dalasst. Weil diese Jungs haben mir sehr viel an meinem Channel geholfen, wie man hier sieht. Also, ich zeige es euch nochmal. Sie haben mir meinen Kanal-Banner gemacht. Sie haben mir mein Kanal-Profilbild gemacht. Mein Intro haben sie mir gebastelt und auch beim Streamen haben sie mir die Overlays gebastelt, weil ich noch keine Erfahrung da habe, wie ich die basteln soll. Und die haben mir das wirklich wunderbar gemacht. Und ich finde, ohne die hätte ich auch nicht so schnell Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise wäre ich auch nicht so schnell besser geworden, so in dem Sinne. Ja, wir schauen einfach nochmal kurz auf ihren Kanal drauf. Sie haben 203 Abonnenten. Also Jungs, drückt mal ein bisschen den Abo-Button. Wäre ich sehr froh drüber. Und wie ihr seht, sie haben auch für mich hier herzlichen Glückwunsch, Sproken 10 zu 100 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank an euch beide, beziehungsweise an dich. Es sind ja zwei oder einer, ich weiß nicht, ich glaube es sind zwei. Aber momentan ist es noch einer, also es ist noch ein Kanal. Der spielt, wir können ja mal ganz kurz gucken, was die spielen. Die spielen hier, was spielen die hier? Die spielen genau, GTA spielen sie, sie streamen auch Gaming-Musik. Also wenn ihr mal spielen wollt, also wenn ihr mal spielt und nebenbei Musik hören wollt, klickt einfach hier diese Videos an, hier sind so ein paar. Da gibt es ganz schöne Musik und genau, hier gibt es ganz viel. Die haben auch mal ARK gestreamt und sie spielen auch Battlefield 1. Ja, schaut einfach mal vorbei, lasst einfach mal ein Abo da. Genau, dann, ja, jetzt haben wir ja die 100 geschafft. Nochmal vielen Dank. Wie soll es nun weitergehen? Auf jeden Fall, es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, eure Replays zu kommentieren. Das werde ich auch in Zukunft weitermachen. Ihr könnt mir immer neue Replays einsenden, wenn ihr sagt, Hey, das muss unbedingt auf YouTube-Kanal von Broken Sane. Dann schickt es mir gerne, ich nehme es an und gucke es mir an und bringe es auf YouTube. Des Weiteren wird jetzt bald ein neues Spiel rauskommen, nämlich im September. Ja, na gut, bald ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber... Im September kommt ein neues Spiel raus, das heißt Mordor-Schatten Schlacht irgendwas. Entschuldigung, da habe ich den Namen irgendwie gerade, ich weiß nicht. Auf jeden Fall der zweite Teil von der Mordor-Schatten, wie heißt das hier, Shadow of Mordor. Da gibt es den zweiten Teil und den werde ich euch mit euch let's playen. Den werde ich mir also vorbestellen und den werde ich mit euch zusammen spielen. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil dieses Spiel ist auf jeden Fall ein richtiger Hammer. Ich habe schon die Trailer dazu gesehen, könnt ihr euch auch anschauen. Einfach Mordor-Schatten eingeben bei YouTube 2, Teil 2 oder so. Genau, und ich möchte auch nochmal dem Paul danken, meinem Moderator. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit nicht sehr oft gestreamt. Einfach deswegen, weil ich einfach entweder keine Zeit hatte oder es einfach nicht gut lief. Weil ich fahre immer, bevor ich streame, ein, zwei Runden und wenn die gut laufen, dann streame ich. Wenn sie total Mist laufen, dann streame ich meist nicht. Oder beziehungsweise je nachdem, in welcher Verfassung ich mich fühle, wenn ich zu müde bin, dann hat das auch keinen Sinn zu streamen. Vielleicht gibt es morgen gegen Abend so für 18, 19 Uhr einen Stream. Vielleicht eventuell, vielleicht werde ich vielleicht nochmal ein Infovideo raushauen. Und genau, also dem Paul möchte ich immer danken, das ist mein Moderator. Der hat mir immer, als ich gestreamt habe, das ist ja eine längere Zeit jetzt schon her, hat mich immer in meinen Streams unterstützt als Moderator, hat da aufgepasst. Und, oh, das geht ja schon wieder los. Und genau, ja, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und, ähm, genau, das soll es auch einfach schon gewesen sein. Nochmal ein riesen Dankeschön an euch, meine kleine Community mit 101 Abonnenten. Vielen, 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 vielen Dank. Und, ähm, genau, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Genießt den Vatertag. Bitte nicht, trinkt nicht zu viel. Ihr müsst noch stehen können. Na gut, wer es doch macht, naja, das ist dann so. Ähm, übersteht dann gut den Kater, genau. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß noch, äh, am heutigen Tage und die nächsten Tage. Und, ähm, morgen wird dann das nächste Video rauskommen, nämlich von Paul, äh, 90 2016, nämlich, äh, von meinem Moderator sozusagen, äh, hat ein sehr schönes Replay eingeschickt. Das muss ich euch zeigen. Genau, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Vielen Dank fürs, das ist, dass alle da sind und, genau, tschüssi! Vielen Dank.